Reden wir drüber. Es geht heute um To the Moon. To the Moon ist eine alternative Historienverfilmung, so könnte man es nennen. Es geht um Apollo 11, also es geht um die Mondlandung, um die Ereignisse drumherum. Es geht um eine andere Sichtweise und eine sehr humorige Sichtweise. Und das sind jetzt so ein paar Sachen, wo man so als Techniker manchmal die Augen verdreht. Und ich möchte jetzt heute darüber nachdenken, ob das jetzt notwendig war, ob man jetzt das schlucken muss, ob der Film eigentlich gut ist. Also, es geht mehr oder weniger darum, dass erstmal das Marketing der Mondlandung verändert werden muss. Also es muss erstmal angepusht werden, damit man diesen ganzen Spaß überhaupt durchziehen kann. Scarlett Johansson spielt da, nennen wir es mal die Marketingfachfrau, die dann das Ganze übernimmt, natürlich erstmal alles durcheinander bringt. Und dann natürlich auch eine gewisse Romantik in die Sache reinbringt. Man darf jetzt spezifisch in der Geschichte netart pingelig sein. Also, diese Dame hat es nie gegeben. Auch der Flugleiter stimmt so nicht. Das haben sie mit Absicht alles etwas verdreht. Grundsätzlich stimmen die Ereignisse, aber es wird im Detail natürlich sehr viel davon abgewichen. Und es ist jetzt die Frage, ist da jetzt einiges, was auch logisch eigentlich seltsam oder falsch ist, notwendig gewesen? Was ich euch jetzt verschwiegen habe, ist, die Haupthandlung ist eigentlich, dass zur Mondlandung eine alternative Handlung vorbereitet werden soll. Ich spoilere euch das Ganze jetzt natürlich. Also, es wird die Mondlandung als Filmset nebenher aufgebaut, damit man das nebenher laufen lassen kann. Das ist ihre Aufgabe. Und die anderen wollen das natürlich nicht. Also, jedenfalls die, die es mitkriegen. Und jetzt haben wir natürlich die Richtung Verschwörung eingeschlagen bei dem ganzen Spaß. Gehen wir wieder ein paar Schritte zurück. Wo fängt es dann eigentlich an, ein bisschen suspekt zu werden? Also, diese ganze Werbeding- und Marketing-Geschichte, die ist immer so ganz nah an der Verschwörungstheorie, also an der Realität. Ja, Omega hat die Uhren jetzt nicht zur Verfügung gestellt, aber es sind Omega-Uhren verwendet worden, aber nicht aufgrund eines Marketing-Deals. So geht eben die normale Geschichte, sondern weil die NASA mehrere Uhren getestet hat. Sie haben sie auch wirklich gebraucht, weil die Timer innerhalb der Anzüge und so weiter wurden, nicht so immer zuverlässig funktioniert haben oder nicht immer gut ablesbar waren. Deswegen brauchten die Astronauten Uhren, die auch unter diesen Umweltbedingungen funktioniert haben. Und die herkömmliche Geschichte geht so, dass eben Omega die einzigen waren, die das hingekriegt haben, dass es funktioniert hat. Im Film ist es so dargestellt, wie wenn das eben ein Marketing-Deal wäre. Ganz falsch ist es nicht, dass man versucht hat, die Mondlandung etwas werbewirksamer darzustellen. Jetzt könnte man natürlich auch bösartig dazu sagen, da ja die Kamera, die die Mondübertragung in Realität auch live übertragen hat, da die auch etwas später dazu kam, dass das auch durchaus aus dieser Richtung getriggert war. Da kann man sich auch ein bisschen informieren drüber. Das ist eine ganz interessante Geschichte mit dieser Kamera. Also soweit war es richtig. Was aber jetzt hier im Film so dargestellt wurde, wie dass es ihre Idee war, um das Ganze jetzt so als Gegenpol zu anderen Live-Übertragungen, Kriege und sowas Nerviges so im Fernsehen da zu platzieren. Das ist sehr fraglich. Also soweit könnte man jetzt auch zu dem Film schon sagen, er ist eine Hommage an jede Art von Verschwörungstheorie, weil er selber immer ganz nah an der Realität entlang balanciert. Und er gibt sich natürlich eine Selbstreferenz, um sich selber zu verifizieren, dass es irgendwann im Film also diesen Satz gibt, ja und wenn wir das alles hinter uns haben, werden wir alles löschen über sie und es hat sie dann nie gegeben. Das würde dann heißen, dass unsere Realität tatsächlich aus diesem Film entsprungen ist, weil das ganze Wissen wurde gelöscht. Und es war halt dann so. Es kann aber nicht so sein, weil das sind leider, einige Stellen ist ziemlicher Bockmist drin. Und jetzt reden wir über den. Hatte ich euch übrigens gesagt, dass es kein Bockmist ist, dass es eine noch größere gelbe Tasse gibt als die, die ich bisher immer hatte. Und ihr wisst, alles schmeckt besser aus der gelben Tasse. Jetzt muss man schauen, ob es auch besserer schmeckt aus der größeren gelben Tasse. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, sorry, das passiert einfach zwischendurch mal. Also ehrlich gesagt ist im Moment nur mehr Luft drin, also bringt es gerade auch noch nichts. Aber es schmeckt zumindest mal nicht schlechter. Die Geschichte mit der sabotierten Kamera, das ist auf jeder Ebene eigentlich super dämlich. Wie ist der Zusammenhang? Die echte Kamera an Bord soll ja diese Live-Übertragung machen. Und es gibt nebenher ein Set, wo live dann die Mond-Übertragung übernommen werden soll. Und jetzt ist es anscheinend super wichtig, dass diese Kamera an Bord sabotiert wird, damit dieser andere Stream gesendet werden kann. Ist natürlich schon auf der Ebene Bullshit, weil man an dem Punkt, wo sich die Videosignale so auseinander dividieren, natürlich einfach umschalten kann. Man braucht die Kamera vor Ort nicht sabotieren. Das ist natürlich Blödsinn. Warum haben sie es gemacht? Sie haben es gemacht, damit sie ein bisschen mehr Live-Action reinbringen können. Weil diese, um das nachher dann wieder zu korrigieren, diese Sabotage der Kamera, müssen sie dann medienwirksam mit sehr viel Action durch, ja, also durch die Schlange der Wartenden, die jetzt eigentlich den Start sehen wollen, rausfahren, in irgendeinen Laden einbrechen, einen Solid-State-Fernseher, also einen Transistor-Fernseher klauen, den es noch nicht so lange gab, sagen sie. Soweit ich herausgefunden habe, war Sony tatsächlich einer der ersten Hersteller, die Fernseher mit Transitoren hergestellt haben, aber eigentlich schon neun Jahre vorher. Allerdings ist das wohl nur das erste Modell gewesen, also keine Ahnung, wann das wirklich auf dem Markt war. Das hat mich, ja, nur so mittelmäßig gestört. Die nachgeschaltete Polizeiszene, wo sie sich dann irgendwie rauslabert, ne, also im Hintergrund, die zwei Wissenschaftler räumen gerade den Laden aus. Sie ist vor dem Laden und hat diese Scheibe eingeschlagen. Dann kommt die Polizei her und sie sagt nur, lasst mich das machen. Und der nächste Schnitt ist, dass sie mit Polizei als Kontin zurück zur NASA fahren. Das ist mir zu plump. Also ich hätte jetzt wirklich gerne gesehen, was da passiert ist. Was hat sie den Polizisten erzählt? Hat sie irgendwie einen geheimen Ausweis rausgezogen? Hat sie einen Anruf gemacht? Damals gab es keine Handys, Spoilers, keine Handys. Also hier, das war ein sehr leichter Weg, um eine Actionsequenz in einen eigentlich schon zu langen Film zu bringen, die zwar unterhaltsam ist und Spannung aufbaut, aber wenn man sie kurz noch ein bisschen so im Kopf hin und her vagabundieren lässt, dann ist sie eigentlich rechtschaffen dämlich. Die nächste Dämlichkeit ist, dass er mit diesem Fernseher dann, er hat nicht mehr sehr viel Zeit, diesen Verstärker repariert. Er rennt dann irgendwie, also diesen Aufzug hoch zu der Kapsel und Leute, ich verstehe, dass ihr diese Action reinbringen wollt. Aber das ist so himmelschreiendämlich. Natürlich gibt es mehr als einen Verstärker. Es gibt, sieht man ja auch, wer auf dem Kanal von CuriousMark folgt, es gibt ja auch einige Verstärker, also einige von diesen Baugruppen, die mal zur Probe aufgebaut wurden. Jede von denen ist besser als eine sabotierte. Wie sollten aber die eine eingebaute Baugruppe sabotiert haben? Und wie soll er innerhalb von Minuten die wechseln? Gut, das weiß jetzt nicht, wie die verschraubt sind, aber alles, was diesen Vibrationen beim Weltraumflug standhalten soll, wird wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu wechseln sein. Vermutlich weiß ich jetzt den Teil nicht. Also die ganze Sequenz ist technisch super dämlich. Ich verstehe es aufgrund der Action. Man hätte wenigstens den Teil entschärfen können, weil die meisten Leute werden das, was ich jetzt vorher gerafft habe, natürlich nicht wissen. Aber diese Polizistenszene hätte entweder raus müssen oder einer von den Polizisten hätte sagen müssen, ich kenne dich doch, du bist diese NASA-Dame, das wird schon seine Richtigkeit haben. Also mit einem Satz wäre das mehr oder weniger erledigt gewesen. Jetzt kommen wir aber ein bisschen zum Pudelskern. Sie drehen live eine Alternative zu der Sequenz, wenn die aus dem Mondländer steigen. Und das geht natürlich mehr oder weniger schief. Jetzt wieder Spoiler, ne? Weil dann die schwarze Katze, das ist schon wieder göttlich, ins Bild springt und dann ist alles kaputt. Aber sie haben ja sowieso diesen Stream nie gesendet. Sie waren immer auf dem echten Stream von der Mondfähre, weil sie es ja repariert hatten. Aber was war denn der Gedanke? Überlegen wir uns mal, was das Wahrscheinlichste war, was bei der Mondlandung schief hätte gehen sollen. Das wird im Film auch eigentlich erwähnt. Und das ist das, was mich stört. Wenn ein Film eine Realität aufbaut und in dieser Realität die selber verletzt. Was ich vorher hatte mit dem Antennenverstärker oder Videoverstärker, okay. Aber sie sagen ja selber, also sie deuten das vorher an in diesen Versuchen, dass die Mondlandung selber sehr kritisch ist. Und sie erklären nicht so ganz genau, warum diese Mondausstiegsszene gedoppelt wird. Sie wollen die ja so doppeln, dass der Ton vom Mond kommt und das Bild von der Erde. Leute, haben sie euch ins Hirn geschissen? Das Ganze wäre jetzt maximal möglich gewesen, wenn sie dachten, die Kamera fällt aus, weil sie ist Mist oder wie auch immer. Als Alternativ. Aber ehrlich gesagt wäre das nicht ganz so tragisch gewesen. Vor allem das mit der Gravitation und so weiter. Ist ja auf der Erde wahnsinnig schwierig zu simulieren. Gut ist, sie haben natürlich das Problem umgangen, dass eine Aufzeichnung auf Video, wenn man die dann später wieder abspielen wollte, es gab nämlich damals ja keine Konverte dafür, man hat es dann oft dann einfach abgefilmt und man musste dann den, hatte ich jetzt auf Video gesagt, eine Aufzeichnung, aber auf Film natürlich, Entschuldigung, Video gab es noch gar nicht. Ihr könnt eure Kommentare jetzt wieder zurückhalten. Also man hätte auf Film aufzeichnen können, hätte aber da Filme auch damals schon 24 Frames per Second sind, das anpassen müssen auf Video. Die Amerikaner hatten ja 30 Frames per Second. Das kann man nur noch machen, indem man eine Röhre abfilmt und so weiter und so weiter. Oder eine Leinwand abfilmt jetzt hier, um genau zu sein. Also ist gar nicht so simpel. Deswegen ist die Idee, das live nachzuspielen, hat schon eine gewisse Logik. Aber welchen Fall wollten sie denn damit korrigieren, dass die Astronauten stolpern beim ersten Mal? Aber wie gesagt, der Ton ist ja vom Mond. Und da zimmelt er an dem Punkt, sie haben damit eine Realität kaputt gemacht, die sie selbst aufgebaut haben. Ich verstehe es nicht. Also man kann sich da kurz reinsaugen lassen, dass das sinnvoll ist, nur das Videosignal zu ersetzen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht nur Sinn, weil sie sonst ohne dieses Live-Szenario, diese Spannung nebenher, diese Ereignisse nebeneinander, nicht hätten aufbauen können. Vielleicht waren sie auch gar nicht so doof, die das geschrieben haben. Aber sie haben keine andere Möglichkeit gefunden, hier zwei Handlungen, die synchron laufen, parallel aufzubauen. Und dann natürlich kommt die schwarze Katze besonders gut, wenn man nebenher die echte Mondlandung sieht und dann die schwarze Katze, die da rumbalanciert und dann mit dem Agenten dann noch ein bisschen hin und her hat und den Agenten dann beinahe von der Brücke stürzt, vor Schreck und so weiter. Ja, was machen wir jetzt daraus? Es wird euch jetzt erschüttern, aber wenn man sein Hirn abschaltet, dann ist diese Szene schon wieder gelungen. Wenn man die Logik völlig wegwirft, weil mir fällt hier auch keine Alternative ein, wie man das hätte machen können. Ich fand es dann schon irgendwie auf irgendeiner Ebene alles dann wieder großartig. Der Ingenieur in mir sagt natürlich, Moment, da ist noch was anderes. Dieser Datenstrom, der ja vom Mond kommt, den können ja auf der Erde alle anschauen, also mithören. Die Russen hätten irgendwann mal möglicherweise gemerkt, dass da nur Ton kommt und kein Bild. Und ich will jetzt auch gar nicht jetzt anfangen, und dann rumzunördeln, dass da ja ein Delay ist zwischen Mond und Erde, was man hätte messen können. Aber so gut waren die Videoaufnahmen nicht an so viel Frames per Second, hatten sie nicht, dass das arg aufgefallen wäre. Okay. Alternative Möglichkeit wäre gewesen, dass man, damals gab es schon Satelliten, dass man einen Satelliten benutzt, hochschickt oder wie auch immer, der dann aus einer etwas höheren Umlaufbahn dann wenigstens so ungefähr die Richtung simuliert, als der diese alternative Realität kommt. Man hätte die alternative Realität komplett machen können, indem man halt jetzt hier die Mondkapsel hätte, schon ab dem Sinkflug hätte man das Ganze übernommen, eben in dieses, ja, nachgebaute. Aber man hätte sie dann auch nicht landen lassen dürfen. Weil wenn uns die Landung schief gegangen wäre und die inszenierte wäre okay gewesen, dann hätte man sie auf dem Flug irgendwie sterben lassen können. Und jetzt kommen wir nahtlos zu einem Film, den jetzt viele von euch wahrscheinlich empfehlen werden. Unternehmen Capricorn treibt das Ganze auf die andere Spitze. In dem Film geht es ja darum, dass die, ich glaube, die Landung auf dem Mars gefaked werden soll. Also die Astronauten werden kurz vor dem Start aus dem, aus der Rakete geholt. Aber die Simulation geht schief und die Simulation deutet dann darauf hin, dass die Astronauten gestorben sind. Dann müssen die weg, weil die müssen ja gestorben sein und die leben ja noch. Das ist ja blöd. Und im Film geht es dann darum, was dann passiert. Das ist also eigentlich das Inverse. Auch da kann man Spannung damit aufbauen. Am Ende, wenn ich alles zusammenfassen darf, es ist ein beinahe perfekt selbstreferenzierender Film. Er ist ein Brecker zu lang. Ich finde ihn visuell nett. Er spielt halt mit vielem, was man erwartet und was in diesem ganzen Verschwörungsszenario hochkommt. Aliens kommen auch ein bisschen vor. Das Blöde ist, deswegen bleibt ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack, dass er schon auch irgendwie diese Meer, dass die Mondlandung nicht real stattgefunden hat, schon so ein ganz kleines bisschen unterfüttert. Auch wenn er sie natürlich, ja, also versteht, das ist ein bisschen im schwierigen Bereich. Sie sagen ja, sie sind wirklich gelandet, wollten das nur unterschieben. Aber irgendwie wird diese Meer doch ein bisschen genährt. Diese Meer ein bisschen genährt. Das ist ein blöder Satz. Aber ich lasse es jetzt mal bei einem größtenteils Uncut-Video diesmal. Er ist sehr übertrieben. Er hat visuelle Effekte, die sich manchmal, die manchmal, ja, schön zu genießen sind. Und er hat einen Humor, der ein kleines bisschen an Wack the Dog erinnert. Also, ich beende diesen Krieg, ich bin hier der Regisseur und so weiter. Das sind hier auch Parallelen, wobei Wack the Dog eine ganze Größenordnung besser ist. Also vom Humor und vom Impact. Der Film hier, ja, hinterlässt zwiegespaltenen Ideen. Also er er hätte eine komplette Überarbeitung des Drehbuchs gebraucht. Das haben sie nicht hingekriegt. Sie haben es nicht geschafft, die Spannung auf andere Art und Weise zu erzeugen. Als sie es jetzt hier in dem Film gemacht haben, ich habe erklärt, warum. Man kann ihn aber durchaus gut gucken und er ist ganz anständig gemacht. Was haltet ihr davon? Bis zum nächsten Video dann. Servus. Hrmm Hrmm Hrm Hrmm